Ja, das war das Bühne. Ja, ich meine, das war so ein bisschen. Ja, das war so ein bisschen. Es wird schon eine verrückte Sache. Ja, das kann man. Oder was habe ich ja letztens ja die... die deutsche... Wer verbringt Plaster? Die deutsche Sonderlöster. Fragst du dich manchmal über die Geschichten? Wie kann man Tattoo-Wichteln machen? Hallo. Wichteln, genau. Wart jeder aus Hildchen mal, wer ist der in das Bild, der in den Zusammenhang...